Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen Lehrvideos, heute mit dem Tanz Lion King. Wir haben 48 Counts, 4 Wände, einen Restart, eine Brücke, coole Musik und wir fangen direkt an. Mit rechts geht's los, wir laufen 4 Schritte vorwärts. Rechts, links, rechts, links. Wir haben eine Step-Turn-Halbe-Drehung, jeweils in einer Pause. Ist Step, Pause, Turn, Pause, Gewicht ist auf dem linken Fuß. Und das gleiche kommt nochmal. Lauf, 2, 3, 4, Step, Pause, Turn, Pause. Rechts, der Fuß ist frei, wir haben jeweils ein Cross und ein Point. Das heißt, der rechte Fuß kreuz, links Point, links Cross, rechts Point. Rechts Cross, links Point, links Cross, rechts Point. Zwei Mal eine Jazz Box. Hier ist kreuzen, hinten, Seite, vor. Kreuzen, hinten, Seite, vor. Ein Grapewein nach rechts. Seit, kreuzen, seit mit Touch. Turning Weinen links, seit, kreuzen, drehen mit Touch. Zwei Mal Grapewein, erst nach rechts, seit, kreuzen, seit und nach links. Seit, kreuzen, seit Touch. Touch, Tags beendet, noch einmal alles zusammen. 7, 8, Schritt, 2, 3, 4, Step, Turn, und Schritt, 2, 3, 4, Step, Pause, Turn, Pause, Schritt, Tipp, Schritt, Tipp, Schritt, Tipp, Schritt, Tipp. Kreuzen, hinten, Seite, Schritt, Tipp, 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 Tipp. In Runde 6 haben wir einen Restart nach 24 Kamps. Das bedeutet, wir laufen die ganz normalen Anfangsstelle, vor, zwei, drei, vier, Schritt. Dreh und vor, zwei, drei, vier, Schritt. Jetzt haben wir noch die Crosspoint-Stelle. Crosspoint, 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 Crosspoint. In der sechsten Runde brechen wir vier ab, starten neu, wieder mit Vorwärtslaufen. Tanzen dann normal, unsere Runde sieben und in Runde acht haben wir nach 16 Cross eine kleine Brücke. 16 Cross sind nur diese Laufstelle, vor, zwei, drei, vier, Schritt. Drehen und vor, zwei, drei, vier, Schritt. Drehen. Hier fügen wir jetzt einen Faustschritt rein, also raus, raus, rein, rein und beginnen dann wieder von vorn. Also Runde sechs nach der Crosspoint-Stelle ein Restart, dann ein normaler Durchlauf in Runde sieben und in Runde acht nach der Step-Turn-Stelle zusätzlich ein Faustschritt und dann von vorne anfangen. Das war der Lion King im Schnelldurchlauf. Der Lion King dient dazu, einerseits den Grapevine zu festigen, andererseits den Step-Turn und die Jazzbox als neue Schritte einzuführen. Und ich habe eine kleine Variante für euch, wie man auch als fortgeschrittener Anfänger diesen Tanz ein bisschen aufpeppen kann. Und wir gehen es jetzt einfach nochmal durch und ich zeige euch, wo und was ihr achten könnt. Am Anfang, wenn ihr diese vier Schritte macht, klar, lauft ihr über die Ballen, das heißt die Fußspitze, berührt zuerst den Boden, nicht die Ferse. Beim Step-Turn sage ich immer, und das müsst ihr euch auf die Unterarme tätowieren, erst Step, dann Turn. Deswegen heißt der Step-Turn-Step-Turn. Weil erst Step, dann Turn, habe ich schon gesagt. Erst Step, dann Turn. Sehr wichtig, ja. Das heißt, beim Step-Turn machen wir erst einen Step. Und anhand dieses Steps kann ich als Laie noch nicht erkennen, dass jetzt eine Drehung kommt. Der Profi kann das natürlich, weil ich den Oberkörper gegen drehe und er sieht, oh, die holt da irgendwo in irgendeine Richtung her Schwung. Was aber nicht passieren darf, dass ich im Step schon den Turn erkenne. Deswegen ist in dieser Chorhografie dort eine Pause eingebaut. Ihr könnt euch also völlig Zeit lassen für diesen Step. Dann steht ihr da erstmal. Jetzt dreht ihr auf beiden Ballen. Und wichtig ist beim Step-Turn, am Ende wechseln wir zu 100% das Gewicht. Wenn der Step-Turn also mit dem Step mit rechts beginnt, endet er immer auf links. Ich habe dann festgestellt, in meinen Kursen, die Leute haben mit dem Step-Turn Schwierigkeiten. Das ist ja auch klar. Am Anfang ist es ganz normal. Häufigster Fehler ist, dass die Leute nach der Drehung da hinten stehen und dann mit dem falschen Fuß weiterlaufen. Als kleine Übungshilfe für euch als Anfänger oder für euch auch als Teacher, lasst sie üben oder übt selbst, indem ihr den Step, das ist klar, und nach der Drehung, in der Pause, hebt ihr sofort den Fuß hoch. Das ist natürlich nicht so, wie der Original der Step-Turn getanzt werden soll, ganz wichtig, aber es ist einfach eine Gedankenstütze für euer Hirn. Wenn ihr Step-Fuß hoch, dann steht ihr zu 100% auf dem richtigen Fuß, damit ihr überhaupt mal einen Einstieg in den Tanz findet und nicht an der schlechten Stelle 10.000 Mal rauskommt. Wenn das gut klappt, könnt ihr immer noch das Ganze umswitchen, dass ihr die Zehenspitze am Boden lasst, weil ich rolle ja zu 100% eigentlich mein Gewicht auf dem linken Fuß. Das ist nur eine Übung, kann aber sehr hilfreich sein. Wichtig ist, erster Step, ganz geradeaus, dann die Halbendrehung und als Übung dürft ihr den Fuß heben. Zweite, etwas schwierige Stelle ist, das ist ein bisschen Trainingssache, ist diese Cross-Point-Stelle. Bei der Cross-Point-Stelle müsst ihr euch gerade als Anfänger einfach bewusst machen, ich habe einen Schritt mit Gewicht, eine Bewegung ohne Gewicht, also nur das Eigengewicht von meinem Fuß. Dann wieder ein Schritt mit Gewicht, ein Tipp ohne Gewicht. Wenn euch diese Stelle schwerfällt, beziehungsweise für euch als Teacher, dürft diese Stelle erst einmal separat. Ganz ohne den Rest vom Tanz klappt das dann meistens gut. Im Zusammenhang nach dem Step-Turn klappt es meistens nicht gut. Das liegt nicht unbedingt an der Cross-Point-Stelle, sondern das liegt an der Tatsache, dass viele Leute nach dem Step-Turn das Gewicht auf dem falschen Fuß haben. Also da könnt ihr als Teacher einfach gucken, klappt nicht in meiner Gruppe, dann liegt es entweder an dem Step-Turn, dass das Gewicht auf dem falschen Fuß ist, oder es liegt daran, dass viele Leute das machen, dass sie diagonal tippen und dann einen Schritt machen. Die laufen dann so. Das ist natürlich viel zu kompliziert, das ist ja viel schwieriger als das Original passiert, aber trotzdem bei der Körper macht manchmal lustige Sachen. Dann haben wir unsere Jazz-Box. Jazz-Box, ganz wichtig, heißt Jazz-Box, weil eine Box vier Ecken hat. Wir beginnen in der oberen Ecke, gehen zurück. Jetzt haben wir ein sogenanntes Follow-Through, das haben wir eigentlich immer, aber ich möchte euch hier nochmal daran erinnern, dass vor einer Richtungsänderung das Spielbein unter der Körpermitte durchgeführt wird. Heißt, wir gehen jetzt nicht mit dem rechten Fuß einfach plump zur Seite, sondern wir führen es unter der Körpermitte durch, gehen jetzt rechts zur Seite und die Box wird nur dann zur Box, wenn ich als Abschluss einen Schritt nach vorne mache. Ohne vierten Schritt vorwärts ist es keine Box. Wenn hier geschlossen wird, ist es eine Triangel, das ist auch eine nette Figur, aber eben eine andere. Deswegen nochmal die Box mit Vierecken, kreuzen, hinten, Seite, Schritt und nochmal kreuzen, hinten, Seite, Schritt. Beim Grabbein achtet ihr darauf, dass ihr hier die Hüfte mit aufdreht, Bauchnabel aufwärts, versucht ihr zur Tanzwand zu bleiben. Die Ferse bleibt oben. Wir drücken uns zur Seite und haben einen Touch und das passiert in alle vier Richtungen. Oder in allen, nicht in allen vier Richtungen, aber in allen vier Grabbein und Turningbein ist das gleiche Prinzip. Ich drehe hier auf, mein Becken steht jetzt diagonal, aber mein Oberkörper steht frontal. So gut wie es eben geht, ja, versucht ihr euch zur Tanzwand zu bewegen. Als allerletztes können wir als etwas schwierigere Option die letzten zwei Grabbeins durch einen Three-Step-Turn ersetzen, ja. Also Start, Start, Anschluss. Macht ihr, drehen, 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 tipp, drehen, 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 tipp und dann lauft ihr wieder von vorne los. Das macht ihr Viertel, Halbviertel. Hier gehen wir dem rechten Fuß nach vorne. Das Gewicht ist auf dem rechten Fuß. Jetzt drehen wir auf diesem rechten Fuß über die rechte Schulter. Der linke Fuß geht zurück und wir verlagern das Gewicht auf den linken Fuß. Wichtig ist, wir gehen jetzt weiter. Das heißt, wir machen noch eine Vierteldrehung nach rechts. Der rechte Fuß geht nach rechts. Der Touch bleibt nach links, genauso. Wir machen eine Vierteldrehung nach links, indem der linke Fuß nach vorne geht. Jetzt drehen wir über die linke Schulter. Der rechte Fuß geht zurück. Und wir gehen jetzt weiter nach links, indem der linke Fuß nach links geht und der Touch. Häufigster Fehler beim Three-Step-Turn ist, dass wir uns das machen. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, Tipp. Die Eier sind also hin und her. Stellt euch eine Linie vor. Auf dieser Linie bewegen wir uns seitwärts, indem wir vorwärts, rückwärts. Und jetzt geht es weiter, seitwärts, Touch. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, Touch. So funktioniert der Three-Step-Turn korrekt. Das können wir als Alternative für die zwei Grape-Binds am Schluss mit einbauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Achtet bitte auf meinen Step-Turn. Erst Step, dann Turn. Und jetzt geht es weiter.